Hallo ihr DarkSyber mit bei Shocker mit Part 9. Beim letzten Mal haben wir dem Box Profilie zum Sieg vorhelfen. Ich habe gerade wieder Sinn, dass ich hier doch noch was über 10 habe. Haben wir hier einen Lockpick? Ganz viele Lockpicks. Wie viele kann man überhaupt aufnehmen? Ist das ein Maximum? Egal. Ja, und inwiefern das jetzt besser ist, werden wir jetzt hoffentlich erfahren. Stacey sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. Die vorletzte Folge der heutigen Session. So, was haben wir hier? Ja, danke für das Tutorial. Schon wieder Stiefel. Dann wird tatsächlich das hier. Ausrüstung. Angenommen. Genommen. Gut. So, sie sind auch voll. Dann können wir eigentlich weiter. Zwei weitere Lockpicks. Ich weiß gar nicht mehr, wozu ich das verwenden soll. Aber gut. Aber wir suchen auch nicht mehr nach Geheimnissen. Also kann es sein, dass wir uns wahrscheinlich schon sehr viel übersehen haben. Und deswegen muss auch so viele Lockpicks haben. Und, ähm... Ja. Ihr seht, es hat sich einiges geändert. Okay, hier sind die ganzen Plasmide. Die ganzen Automaten. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Ja. Meilin. Mr. Lin. Mein Gott, ich... Ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Nein, das kann man nun wirklich nicht sagen. Ähm... Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Fox-Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Was auch immer das heißt. Weidet ihn aus! Was? Okay. Wir wollen das Luftschiff wieder haben. Ähm... W-w-wann nicht unsere Freunde? Na gut. Dann halt wieder nicht. Immer wissen die ihre Meinung ändern. Aber ich kann das einfach mal dörter. Hä? Hallo? Nimm auf! Ja. Okay. Na dann. Jetzt suchen wir hier nochmal schnell alles. In der Hoffnung, dass mir eventuell irgendwo noch was ist. Aber... Naja. In der Gesundheit. Und jetzt hier eine Fähigkeit hätten wir jetzt hier längst die Zeit Geld rausholen können, aber wir haben mehr als genug eigentlich. Ich glaube, wir haben eine 30 prozentige Chance, dass ein Nahkampfziel beherrscht wird. Oh ne, come on. So, was war hier? Ohoho. Also wir nehmen natürlich den Krähenboost. Und Schock-Cat zur Hilfe, definitiv. Okay, das brauchen wir nicht. Wäre schon billiger, wäre wahrscheinlich auch noch ganz sinnvoll gewesen. Ah, dazu braucht man einen weiteren Slot und den haben wir leider nicht. Das ist übrigens auch so ein weiterer Negativpunkt, dass man halt weniger von allen hat. Schadenbooster, warte mal. Äh, das wäre auf jeden Fall. Guckt natürlich wieder nach den Waffen, die mir halt auch nützen. 236, 199 wäre auch ganz cool. Äh, weniger Wegstoß. Ich bleibe bei den Hauptwaffen nicht immer wieder mit mir führen. Warte mal, ich habe aber gerade... Ach ne, 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 das ist so ein Schnellfeuer-Ding, okay. Äh, dann würde ich die beiden jetzt einfach hochsetzen. Und den hier. Sehr schön, damit haben wir die Waffen tatsächlich durch. Und zurück. Oh, Moment. Was ist auf der anderen Seite? Ach, nichts. Okay, cool, dann können wir jetzt einfach hier... Oh. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbar. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Okay, wir kriegen gerade sonst so viele Sachen. Ich guck nochmal, ob ich etwas nutzen kann dafür. Äh, nein, das ist definitiv nicht. Oder? Warte mal. Äh, ne, der Herrschung billiger wäre vielleicht mal was, aber... Der Rest definitiv nicht. Okay, hier kann ich nochmal. Ähm, dann weniger Rückstoß brauche ich eigentlich nicht. Ja, da gab es nie wirklich Probleme. Schatzboost für den Wolfer ist, glaube ich. Ganz mal nicht so schlecht. Okay, äh, ich kann aber, glaube ich, eine Eins davon nehmen. Ja, ich kann eine Eins davon nehmen. Ähm, dann nehme ich einen Schadenspust. Oh, da schnellere ist eine... Nee, komm, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, komm, nehmen wir das. So, jetzt können wir... Den Revolver, den hab ich sowieso immer im Anschlag. Das ist sowieso, von den meisten machen wir immer so meine Lieblingswaffe, deswegen... Also, von den meisten Shootern. Daher wird natürlich der Revolver bleiben. Okay, warte jetzt. Hier ist ein Schloss. Na klar. Vielen Dank. So. Bucca! Nein! Aufhören! Nein! Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. E謝! Ja, bitte. Naann influenza. Na warte jetzt noch. Dasligg discoursstab. Feier auf, nomỉ! Halt! Nein! Okay, ähm, lass mal wieder das. Was kappt denn jetzt alles hier? Was kappt denn jetzt alles hier? Bei einer Kampfschaden, ja... Achso, warte mal, wenn ich wieder einen Kampfschaden bekomme... Okay, warte. Äh, was denn... Also ehrlich gesagt, inzwischen ist das mir egal. Dann nehme ich jetzt das hier, so. Okay, dann muss ich wohl da hoch. Dann lebe Daisy! Lass die Erdnummer, kommst du nicht mehr raus! Dann lebe ich das hier! Was ist das? Das, dann. Nee. Nee. Äh, man kommt da doch tot wie rein. Okay, ich glaub wir müssen erstmal... So, jetzt ist der Fall. Wir können also irgendwie da rein. Aber wie? Egal. Fuck! Nein, nein, nein! Sie bringt das Kind um! Bukka, wir müssen etwas tun! Wir müssen handeln! Wir müssen da rein! Bukka, wir müssen was tun! Heb mich hoch! Geh zum Fenster und lenk Daisy an! Los! Das ist es! Das ist deine Bewegung, Daisy! Es muss sein! Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut! Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach! Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen! Nur so ist mein Ge... Elisabeth! Liegt wohl in der Familie! Elisabeth! Woah, woah, hey, hey, sagte... Okay... Gut! Nur mal so zur Erinnerung, wir haben 21. Lockpacks und ich weiß nicht, wofür wir das alles brauchen. Okay... Fitzroy... Wenn du diesen idiotischen Krieg gewinnst, schick das nach New York. Die kriegen die Kleine nicht, egal wer sie sind. Vielleicht hab ich richtig gehandelt, was dich und die Vox betrifft, aber... Letztendlich... Macht das nichts besser! Anna... Elva... Es tut mir leid... Es tut mir leid... Okay... Gesundheit! Ja! Momentan läuft es nicht super flüssig... Warum? Ich muss erst mal dann... So, wenn ich mit heutigen Sessions durch bin, einiges verschneiden. So, ähm... Okay... Ja, dann gehen wir jetzt wohl da durch. Ich kenn das! Setze Kurs! Okay... Ah! Sie hatten nur das! Hör zu! Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen! Wie wirst du... all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York? Oder Paris? Oh, hast du Bock? Nein, 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 nein! Oh, Scheiße! Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Kann es irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben oder so? Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung! Hilf mir suchen! Wir müssen das... Das ist es nicht! Doch, bestimmt! Nein, doch! Nein, doch! Nein, doch! Versuch's noch mal! Okay, warte! Wir müssen sie stoppen! Nein, das ist das eh! Nein, das ist das bestimmt! Nein, nein, ja! Doch! Nein, doch! Doch! Nein! Wenn sie das ganze Lied spielen, kommt er wieder! Gut. Hier. Nein, das ist das nicht. Doch, nein. Doch, nein. Nein. Lass doch auf. Hört auf, ihr wisst nicht, was ihr tut. Na also. Jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann... ...bringt er einen hin, wo man hin muss. Möchtest du etwas anderes hören, Bruder? Einen Walzer vielleicht? Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Ja, klar. Wenigstens ist das Piano noch da. So, ich will nur noch mal gucken, ob ich hier nicht irgendetwas übersehe. Aber nein. Dann stehen wir zur Seite. Bukka, das ist Comstock Haus. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Die Vox haben alle! Wir müssen das doch doch mal an! Wir müssen sofort da! Wo wollen diese Leute hin? Dort, wo es keine Vox Populi gibt. Ich kann nicht! Hey, ich tut mir leid! Ich liebe dich, aber ich kann es nicht! Ähm... Bitte doch, bis hier weiter runter, Mann! Wir müssen die Vox auf zurücklassen, und so können wir keine Handel ausnehmen! Das Schiff ist voll! Wir müssen Teil ihres Gepäcks hier lassen, wenn wir mehr Leute unterbringen sollen! Irgendwann... Absolutes Chaos halt! Natürlich, hier ist das absolute Chaos los, und die Leute waren weg. Das ist klar. Ähm... Komm, wir haben alles wohl gebrochen. Dann nehmen wir hier rein. Hier, für die Kasse! Hier! Före mal dankt! Gut! So, ich schaue mich natürlich erstmal so gut es geht um. So, Salz, der Handbar. Ich würde gerne die Waffe dann bald mal wieder eintauschen. Ich hab nichts gefahren! Was hast du da, Geldsack? Hilft alles! Was ist das eigentlich? Wer ist da? Ähm... Was? Okay, wir können hier immer noch irgendetwas aktivieren. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Ähm... Hä, wir können hier immer noch das aktivieren? Haben wir das nicht erst letzte Fall gemacht? Oder das hier? Dann machen wir das. So, das andere wäre halt sinnlos. Bei der Shotgun noch ein Schadensboot. Das ist ein bisschen übertrieben. Du bist tot! Vorsicht! Und die Leiste! Okay, ich versuche das mal von... Los! Oh shit. Okay, wir gehen erstmal hier runter. Wir brauchen erstmal wieder eine Pistole, das ist das Problem. Und zwar nur ein Revolver. Was sind sie lieber? Tötig oder tot? Okay, ich schau mal rein. Scheiben, Mist und Honig. Okay. Das wird jetzt doch ein bisschen komplizierter. Öffnen. Okay, sehr schön. Okay. 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 Okay, das hätten wir. Oh Mann. Okay, schnellst einfach mal den hier. Für eine Weile. Okay. 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 Ich schau nochmal, ob es hier irgendwie was gibt. Ich erzähle nichts. Okay. Hm. Gut, hängen wir hier nicht weiter herum. Geh mal einfach da rein. Das ist was für dich. Freund. Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Bitte. Naja. Verständlich. Sie hat ja nichts anderes. Bis zu dem Blick. Aber er merkt ja auch, dass... Also mit der Zeit, dass... Sie nur eingeschränkt sich... Also agieren konnte. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Effektivität. Blitze und Funken in Flasche. Okay, was haben wir? Lade und so. Will ich aber nicht. Das hier wäre noch sinnvoll. Ja, und alles andere benutze ich halt nicht, also... Ist... Sie ist... Vollneid. Aber... Das ist auch das, was mich so ein bisschen an der Verderung... Nervt. Wovon war ich? Hier ist was. Gut aufheben. Okay. Ähm... Und zwar kann man halt... Es gibt hier halt keine Automaten mehr, wo man halt die Fähigkeiten wechseln könnte. Also... Ich glaube es gab auch so einen Menü, dass man es wechseln konnte. Aber... Das ist in dem Teil halt nicht mehr vor allem. Oder? Gab's da... Ich will jetzt aber auch nicht nachsuchen. Wenn ich ehrlich bin. Oh, was haben wir hier? Geheimnisse... Kriegst du es auf? Sieht einfach aus. Sieht einfach aus. Fertig. Okay, ah, danke. Schießeisen, oder? Okay, das würde ich gerne ausprobieren. Das ist meines Erachtens ne Shotgun. Weil sie halt wirklich nur einen Schuss hat. Hm. Interessant. Nein, ich... Stell das drauf. Okay, ja. Was haben wir hier? Mit so viel Schrotflinte. Und das natürlich. Das hebt er auch weiter. Genau das, was wir jetzt brauchen. Kraft. Ein Turnikum. Finks. Wunderformel. Urzeitliche Mysterien. So. Jetzt werden wir aber natürlich bald wieder gegen etwas anderes eintauschen. Das ist klar. Ja. Aber ich würde es wirklich so zu einmal... ...mindestens ausprobiert haben. Kästen Sie schon heute, die Produkte von morgen! Komm, Stock. Willkommen nach Hause verdient. Ja! 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 Ich mach' dich mit dem Traum. Ja! 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 Wurde King auch richtig hier zeigt wieder. Diese ganze Prophetie... Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann. Oder? Ich hab' mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hm. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Ja, hoffentlich. Also noch mehr etwas anderes. Ich höre Sie! Ja! Wie warst du hier? Ja! Ja! Ich höre Sie! Ja! Ich höre Sie! Ich höre Sie! Wie dowertige! Wir ver Crohn! Oh shit, sowas waren. Ja ne, wir erschossen. Okay. Okay, gehen wir weiter. Ja, ist ein Loch weg, sehr schön. Oh, Panad, oh Gott. Okay, hier haben wir wieder dann alles voll. Dann müssen wir nochmal viel Gesundheit, aber auch nochmal viel Gesundheit. Aber wie ist das? Okay. Dann ab zum nächsten Level würde ich meinen. Hm, mal schauen. Bitte sehr. Tja, dann kannst du ja direkt so weiter gehen. Oh. Oh komm, das haben wir lange nicht mehr gehabt. Können wir jetzt auch mal nehmen. Dann haben wir jetzt das nächste Level. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenbalance? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also, nicht Riesenbalance? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut. Ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft. Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wär's seltsamer. Hm. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komm ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert hab. Okay. Das ist ne gute Ansage. Ahem. Okay. Ich glaub, wir haben unser Ziel erreicht. Komm. Komm, Starkhaus ist da vorne. Okay. Na dann schauen wir mal, ob ich jetzt sinnvoll war, die Snapper Blitze nehmen. Ich bin ja doch gerade um das. Ach, Nö, Tonne. Oh. Hier. Let me scare. Ja. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Komm's, Doc? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich dann ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaub, das will ich gar nicht wissen. Bessere Aussage wäre wahrscheinlich gewesen, das will sie wahrscheinlich nicht wissen. Ha, 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 ha. Die dachten, sie bleiben für immer oben. Ha, sieh sie dir jetzt an. Keinerニach, oh, ha, 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 ha. Problem geklärt. Oh, ich würd gerne wieder eine Pistole haben. Na, kommt der vielleicht noch. Schießersen, nee. Niemand hat mich hier vergessen, äh, und jetzt, jetzt wieder Musik. Okay. Feuerhalle, nee. Ich will wieder eine Pistole, und ich habe mal diesen Standard hier. Oh. Versperrt. Bin dabei. Bitte. Vielen Dank. Oh, eine Menge Zauberiegel. Ich nehme natürlich gerne mit. Was machst du da? Das ist ein Pistole. Das ist ein Pistole. Das ist ein Pistole. Es gibt keinen Kommissar. Was wollen Sie mit den Gaben? Eine Marienkörper. Okay. Schön, dass das Problem geklärt ist. Dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Ähm. Wie oft soll ich das hier eigentlich noch holen? Okay. Wir können immer noch ein bisschen was holen. Ich bin hier aber schlusses Kopfig egal. Schnelles Lachlein brauchen wir auch nicht unbedingt. Das könnte man nochmal holen. Aber... Ja doch doch noch einmal. Aber nur falls weitere Fähigkeiten für... Ich schaff den Kumpen. Ich schaff den Kumpen. Oh. Sehr gerne. Sehr gerne, oder? Gepär. Euer fliegt aus der Hand. So. Ich guck mal kurz was nach. Okay. Ähm. Freunde. Ich hab mich... ein bisschen... ein bisschen... boof angestellt. Ich dachte, das hier wäre einfach nur... Schnellfunktion zwischen den zwei Fischketten hin und her zu wechseln. Aber... man kann halt hier rüber das machen. Okay. Das macht die Sache natürlich einfacher. Nichtsdestotrotz wäre ich natürlich... bei denen immer bleiben und das hier mal dann nehmen, wenn ich Geld holen will. Na, Taschen leer? Dann gehen Sie lieber weiter. Okay. Alter Seemann! Und ich hab das auch früher immer benutzt. Aber ich hab's halt vergessen. Na gut. Äh. Das find ich ehrlich gesagt nicht so... gut. Ja, ist so kanadenmäßig, aber... Erzähl ich was soll's. Äh. Das hier ist für mich völlig obsolet, weil... man hat ja halt die Fähigkeit hier. Und das hier... Also... Es lohnt sich halt wirklich nur diese drei Sachen. Lass die Kraft! Nadel! Aber... Sog den verhassten Albers! Dann hol ich jetzt einfach die beiden hier. Come on! Dann seht ihr auch in meinem Repertoire. Okay, cool. Ah, da fehlt nur noch eine. Und... Damit kann ich dann die wahrscheinlich einfach nur... Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Schützen Sie Ihre Frauen und Ihre Schätze. Gut. Egal. Ich bleib bei den beiden. Egal. Okay. Geben wir euch nur... Merken für... zukünftiges. Wo ich ja jetzt eigentlich schon fast durch bin. Geheimnisse... Die werden nicht mehr mit den Namen geliebt. Die werden nicht mehr mit den Namen geliebt. Die werden nicht mehr mit den Namen geliebt. Nein. Deswegen weiß ich jetzt auch wieder, warum ich immer so oft auf der Suche nach Salz war. Weil ich halt immer... Mein Gott, ey! Sorry, das hat mich genau genervt. Ähm. Weil ich halt immer die... Die... Verkaufsautorten natürlich aus... Ausgenommen habe. Ausgenommen habe. Ähm. Was durch die ich immer wieder Salz zurückholen musste. Weil die nimmt... Das nimmt ja so viel weg. Äh, Mr. Comstock. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um ihren falschen Hirten für sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus. The Witch spricht zu. Half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich... neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir Ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich Ihnen das Messer halten. Scheint ein netter Geselle zu sein. So. Elizabeth? Das ist alles? Keine große Herausforderung. So. Ähm. Trotzdem danke. Oh. Geht's jetzt auch so was? Aha, Salz. Sehr schön. Die will ich auch direkt mal... Manchmal ist das echt gruselig. Hm. Okay, ich mach mal kurz hier wieder das hier. Kommt wieder hier hin zurück. Sehr schön. Sowas brauchen wir nicht. Eine Dame mit Sinn für Bärte. Das gefällt mir. Wer ist da? Achso, hier war... Achso, nee. Warte mal. Ich wollte das ja wieder aufnehmen. Da ist nichts weiter. Ist da jemand? Achso, nee. Hey. Okay. Dann fahren wir da weiter hin. Hilf mir mal mit dem Schloss. Das kriege ich nicht. Geh ich hin. Bitteschön. Oh, das sieht gut aus. Ähm. Achso. Achso. Achso, achso. Okay. Achso. 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 Was haben wir hier? Hör den Streusstand aus von Sprengwaffen. Ist mir egal. Was wollen Sie mit dem Ding jaden? Einen Mal hin, Käfer? Gesundheit und Salz. Und Gesundheit. Und nochmal Gesundheit. Okay, was haben wir hier? Chance-Boost. Ähm, aber ich warte mal noch, weil ich werde dir eine Fähigkeit doch erweitern. Immer. So viel wie möglich. Was? Ja, habe ich schon entdeckt. Danke. Oh. Phonokrat. Was wollen Sie mit dem Ding jaden? Einen Mal hin, Käfer? Okay. Ähm. Sätze haben wir hier dann. Auch noch. Ach so. Da war ja was. Ich weiß, ich weiß, dass ich mich schon mal darüber geärgert habe. Ich habe irgendwann das schon mal so erst sehr spät mitbekommen und da habe ich mich echt geärgert darüber. Aber, aber, naja. Aber, naja. Ein wirkliches großes Problem ist es am Ende trotzdem nicht. Okay. Okay. Das ist... Wie, hier kommen wir jetzt nicht durch? Ich geh mal hier kurz vor. Oh, äcklich. So, das brauchen wir nicht. Okay. Okay, na gut. Ich dachte ja gerade, das wäre ein Lockpick. Okay, aber ich glaube, wir haben hier alles. Dann kann man jetzt auch hoch. Ah, Moment. Erst wieder gestehe Fähigkeit benutzen. Ich bin nicht zufrieden. Tanz mit dem Mann. Na komm hoch. Schweine gehören, Gehörergesang. Ein Mensch, ein Mädchen, tanzt ebenso gut wie ein armes. Meine Seele erhöge Branne. Okay, so geht's auch. Ah, wir haben wieder Lockpicks bekommen. Das ist auch immer der Veräuber. Sessionsgewehr. Ah, können wir auch dann Utan wieder nehmen. Aber jetzt dachte man an. Erstmal machen wir wieder das Übliche. Immer noch so. Immer noch zutzen. Nee, ich war da noch. Hier, gut aufheben. Hier. Danke. Vielen Dank auch. So, hier haben wir auch alles. Du bist am Weg. Okay. Gut, dann gehen wir gleich hoch. Ey, wir kriegen so... Wir bräuchten nicht mal irgendwie... ...auch auch noch extra suchen, um weiteres Geld zu bekommen, weil wir haben genug. Wir kriegen so mehr als genug, wie ihr seht. Okay, dann hoch, ja. Wir, die verdammten Grönschweine! Eure Häuser gehören uns! Er sagt halt, sie kann nichts finden und dann findet er auf einmal doch was. Ah! 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 Alle Schweine sterben! Ah! Er hat den Grönschwein! Er hat den Grönschwein! Ah! 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 Nein... ...das...oh Gott! Okay. Dich mache ich höchstpersönlich fertig. Meine Gott, wo rennt der denn hin? Hab Sanfe entdeckt. Hier, das wird helfen. Vielen Dank. Hä? Du bist doch noch irgendwo jemand sein. Tötet sie! Ich tue es. Ich tue es. Brauche ein neues Magatzier. Kommt sie rein. Ich stecke da ein Messer rein. Kommt sie rein. Bitte sehr. Danke. Immer noch? Du bist doch immer noch. Da drüben. Zum der Gerechten. Ja. Ich tue es. Ich tue es. Ja. 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 Jetzt ruhten wir nur noch durch und dann ist die Folge auch schon am Ende. Dann kann ich eigentlich schon wieder eine andere Waffe nehmen. Schrotmittel, ja komm, machen wir einfach mal. Denn warum auch nicht? Und dann gibt es auch dann nur noch eine Folge danach, tatsächlich. So, geschützt. Man kann sich eigentlich nie wirklich beschweren. Man hat so viel meistens am Ende über. Was man benutzen kann. Äh, ich weiß nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Äh, von da unten mal sagtens. Das mit. Das Lutessfeld umgab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast, von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam. Aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Also... Also... Okay. Naja, das bedeutet also, dass sie unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Welten sind. Also sie aus dieser wahrscheinlich und er aus der anderen Welt. So, ein Führerbäuber. Ja, wir werden Karabiner auch kommen, nehmen wir den wieder. Boah, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ach nee, von hier sind wir ja... So, hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Und zwar ist das dann auch die letzte Folge der heutigen Session. Das war's aber erstmal von der vorletzten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Darksaber. Bis dann.